Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Ankündigungsvideo. Ihr, beziehungsweise die Leute, die mein Minecraft-Ankündigungsvideo gesehen haben, haben es vielleicht schon erahnen können. Und ja, wer jetzt aufmerksam auf dieses tolle Bild guckt, der wird sehen, hey, das ist doch ein neuer Kanal. Ja, ich habe jetzt einen neuen Kanal aufgemacht. Dieser heißt Osuma-Skill, weil auf diesem Videokanal grundsätzlich nur Skill- und Fail-Videos von mir kommen werden. Das heißt, ich werde sowas machen wie kommentierte Skill-Videos, wo ich Buster-only, No-Hit durch irgendeine Megamin-Stage renne oder so einen Schwachsinn und dazu sämtliche Outtakes. Ja, und keine Ahnung, alles, was mir so einfällt, worauf ich gerade Lust habe, was ich hinkriege, das wird alles nur auf den Kanal kommen. Hier wird es nichts Geordnetes geben, sondern wirklich nur einzelne Dinge, die mich halt, ja, worauf ich halt gerade Lust hatte und was halt meines Erachtens skillig passt. Wenn euch dieser Kanal also interessiert, wenn ihr ein paar solcher Videos sehen möchtet, dann schaut doch mal hier vorbei. Es wird auf jeden Fall was kommen. Ich freue mich natürlich über jeden Abonnenten. Ja, ansonsten wären natürlich die Let's Plays, wenn alle weiterhin regelmäßig auf Osoma LP bleiben, da wird es auch dabei bleiben. Das hier ist ein unregelmäßiger Kanal. Also, wann ich hier was hochlade, hängt halt davon ab, ob ich Lust drauf habe. Und bei Osoma LP ist es halt, es ist ein Kanal, wo ich wirklich versuche, täglich was hochzuladen. Gut, okay, manchmal geht es zeitlich nicht, das heißt, dann lade ich es aber immer noch im Rahmen der, sag ich mal, 24 bis 36 Stunden hoch und mache dann meistens, wenn ich es verpeile, noch extra Videos und sowas. Also, jedenfalls LPs auf Osoma LP, nach wie vor wird es bleiben, aber Skill-Videos werden jetzt auf diesem Kanal erscheinen, wenn irgendwas in der Richtung ist, wenn ich irgendwas in der Richtung schaffe. Das heißt, wenn ihr Interesse habt, so bitte ich euch abonnieren, und zugucken, wenn nicht, dann ignoriert einfach dieses Infovideo und macht es so wie gehabt und guckt entweder meine Videos auf Osoma LP oder gar nicht. Ja, dann danke ich dafür, das zuhören. Das war es auch schon, war eine recht kurze Ansage. Es ist jetzt derzeit noch kein Video auf dem Kanal drauf, aber es wird wahrscheinlich jetzt in den nächsten Tagen was kommen. Ich dachte mir, naja, auf das Minecraft-Video gab es recht wenig Resonanz. Da habe ich einfach selbst entschieden, dass ich dann diesen neuen Kanal aufmache und jetzt hier am 01.01.2013. Das ist vielleicht doch eine ganz gute Sache. Ähm, ja. Gut, das war es jedenfalls. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin und tschüss.